Ich konnte kaum glauben, dass Liu Kang mich im Erdenreich willkommen hieß. Und dass ich würdig war, bei seinen Shaolin-Meistern zu lernen. Ein lebenslanger Wunsch erfüllte sich. Ich hatte ein Zuhause. Doch meine Freude war gedämpft. Ich dachte an Serena. Meine Schattenschwester litt noch unter Quan Chi. Sie verdiente es frei von ihm zu sein. Vielleicht sogar mehr als ich. Quan Chi und meine anderen Schwestern waren beharrlich. Doch meiner Klinge nicht gewachsen. Ich entriss ihnen Serena. Dann half mir Liu Kang, Quan Chis Zauber zu brechen. Endlich war Serena frei von ihm. Und sie beschloss, sich mir im Erdenreich anzuschließen. Erneut kämpfen meine Schwester und ich Seite an Seite. Doch nun für das Erdenreich. Gemeinsam sind wir der Orden des Lichts. Wir sind übernommen und wir sind auch immer noch zurück zu sein. Wir sehen uns nicht mehr.